...sonst macht Dua für uns. Wallahi, einer von ihnen, der konnte nicht mehr reden und sagte, mach Dua für uns, bitte. Er machte so, bitte, bitte. Und weiter dabei. Und unser Scherer hat Dua für sie gemacht und geweint. Er hat Dua für sie gemacht und dabei geweint und gesagt, möge er euch vergeben. Möge Allah euch echt leiden. Möge Allah euch von der Sünde fernnehmen. Sie haben gesagt, amin, amin und haben dabei geweint. Und wir haben alle dabei geweint, subhanallah.